Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um Orangensaft. Und im letzten Rohstoffvideo wurde sich nämlich genau dieses Thema gewünscht. Ich selber bin kein wirklicher Profi, was den Orangensaft-Handel betrifft, eher dann noch im Trinken. Nichtsdestotrotz versuche ich hier eine kleine Analyse zu machen. Warum handele ich Orangensaft in der Regel nicht? Der Markt ist mir einfach zu dünn und zu wenig liquide, eben illiquide, um genau zu sein. Und genau das kann man beim aktuellen Kursverlauf ganz gut erkennen. Aber bei Orangensaft gibt es im Moment ganz besondere Kursbewegungen und die möchte ich eben mit allen teilen. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an, was hier kommen könnte und wie ich den Markt einfach einschätze. Natürlich wieder mithilfe auch der COD-Daten. Und ja, Orangensaft dürfte heuer noch sehr teuer werden. Und warum das so ist, schauen wir uns jetzt eben an. Zunächst aber wieder der Risiko-Hinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung oder Investmentempfehlung. Und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Zunächst nochmal der Hinweis zum COD-Online-Kurs. Wenn wir das Ganze heute schon wieder mit den COD-Daten analysieren. Vielleicht hat er der ein oder andere Interesse an meinem Online-Kurs, den ich vor knapp zwei Jahren online gestellt habe. Ich nutze die COD-Daten selber schon seit über 15 Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe mir immer gute Dienste geleistet, gerade bei einem bei speziellen Märkten. Und das ganze Wissen habe ich eben in einem kleinen Kurs zusammengefasst. Wer den erhalten möchte, der kostet einmalig 99 Euro und man muss dafür bei ActiveTrades ein Konto eröffnen. Wer das macht, kann den Kurs dann nutzen und eben einziehen. Was enthalten ist, kann man hier nochmal ein bisschen sehen, was ich da in dem Kurs bespreche. Wer Infos dazu möchte, einfach in Discord anschreiben oder eine E-Mail mir schreiben oder ein Gespräch mit mir vereinbaren. Ist alles möglich. Das noch vorweg. Dann schauen wir uns doch einfach mal einen Orangensaft an. Und warum das? Ich glaube, dass der noch sehr teuer werden wird. Ich meine damit natürlich teuer im Laden. Denn die Kosten werden mit Sicherheit weitergegeben. Was können wir denn hier sehen? Das ist der Orangensaft-Kurs. Das ist eine sehr lange Datenhistorie, über 30 Jahre an Datenmaterial. Und man kann hier ganz gut erkennen, dass sich der Orangensaft über Jahrzehnte in so einer Art Range befunden hat. Und jetzt erst in jüngster Zeit hier richtig nach oben rausgeschossen ist. Und ja, von hier aus sich nochmal mehr als verdoppelt hat. Und von hier unten sogar mehr als vervierfacht hat. Also gerade mal ein paar Jahre ist das englige Tief her. Und ja, das ist eine krasse Bewegung für einen Rohstoff. Vor allem für einen Soft-Kommodity oder halt Agrarrohstoff ist das richtig heftig. Bereits früher hat es mal so eine Art Seitwärtsphase gegeben. Und auch aus der ist damals der Orangensaft rausgesprungen. Ist dann wieder zurückgelaufen. Aber hat nie wieder ganz die alten Tiefs angelaufen. Bei dem Markt kann man eines ganz gut erkennen, dass der ja in regelmäßigen Abständen so ein Tief hier macht. Also der hat einen relativ schönen Zyklus, würde ich jetzt mal behaupten. Der sich immer wieder wiederholt. Gut, und jetzt müssen wir eigentlich wieder in so eine Art Zyklus-Tief reinlaufen. Das heißt zumindest von dem her könnte es zur Korrektur kommen. Aber wir möchten ja jetzt erstmal einen Grund oder die Gründe dafür offenlegen, warum es denn hier zu diesem krassen Anstieg, wenn man sich das einfach mal mit den letzten Jahrzehnten vergleicht, warum und dass es denn zu diesem krassen Anstieg gekommen ist. Außerdem sieht man hier unten noch die Cod-Daten in seiner Rohform. Und wenn ich alleine nur die betrachte, dann deutet eigentlich noch nichts darauf hin, dass hier wirklich eine Abwärtskorrektur in nächster Zeit einsetzen sollte. Aber das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail an. Ja, letztendlich, warum ist der Preis jetzt so durch die Decke gegangen? Das ist wirklich eine absolute Besonderheit, wie wir gesehen haben. Das hat es so in den letzten 30, 40 Jahren nie beim Orangensaft gegeben. Und ganz einfach erklärt, das Angebot ist knapp. Zumindest ist das die Begründung von vielen Analysten. Und was man auch noch festhalten muss, die Einsatzkosten für einen Orangensaft sind natürlich gestiegen. Das heißt, die Inflation der letzten zwei Jahre, die hat natürlich auch beim Anbau der Orangen, ja die Kosten extrem nach oben getrieben. Und das wird auch vermutlich dieses Jahr und beziehungsweise nächstes Jahr nochmal ein Kostentreiber sein, warum der Orangensaft im Einzelhandel teurer werden dürfte. Auch, was ganz interessant ist, in den USA liegt die Ernte bei Orangen aktuell nur auf dem Stand von 1937, ja. Also wir haben wieder eine Ertragsphase, die man das letzte Mal 1937 hatte. Also richtig, richtig schlecht. Der Hauptanbaugebiet in den USA ist Kalifornien. Und dort ist eine Krankheit, hat die Pflanzen befallen, die nennt sich Citrus Greening. Und das ist ein Bakterium und das hat reihenweise die Pflanzen eben befallen. Und hinzu ist da noch El Nino gekommen, was wiederum Hurricanes verursacht. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Ernte noch weiter dezimiert wurde. Über El Nino habe ich sogar vor einigen Monaten ein Video gemacht. Und in meinem Kostkurs wird es natürlich auch aufgezeigt, dass solche Wetterphänomene natürlich extremen Einfluss auch auf die Anbaugebiete haben und somit eben auf die Ernte und natürlich somit auch aufs Angebot. Und El Nino bedeutet in der Regel, dass es eben in der Region eben Nordamerika und Südamerika, der obere Teil, ganz gerne eben heißer wird als sonst. Und das führt dann am Ende zu Hurricanes. Und wenn da eben in den Bereichen eben Plantagen sind von gewissen Früchten, dann kann das natürlich zu extremen Ernteeinbußen führen. Aber, und ein bisschen Entwarnung gibt es eben, Brasilien hat jetzt erst vor kurzem bekannt gegeben, und das ist der größte Anbauer für Orangen, ja, dass die Ernte in Brasilien ziemlich gut ausfallen dürfte. Und deswegen gibt es hier ein bisschen Entwarnung. Und darauf ist der Kurs dann natürlich auch gleich nach unten gekommen. Das Problem an Agrarrohstoffen oder an Soft-Commodities ist grundsätzlich für den Preis immer der, normalerweise gibt es maximal einmal im schlimmsten Fall oder im besten Fall zweimal im Jahr eine Ernte. Bei Orangen ist es halt in der Regel wirklich nur einmal im Jahr. Die erntet man dann über einen längeren Zeitraum, kommt darauf an, welche Sorte das man da angebaut hat. Zumindest ist das das, was ich darüber weiß. Und wenn jetzt so ein Ernteproblem vorherrscht, dann kann man das eben nicht vor dem nächsten Jahr lösen, was klar ist, weil es dauert einfach wieder zwölf Monate, bis die nächste Ernte, ja, reif ist. Und dann hat man vielleicht endlich wieder eine Überproduktion oder halt eine normale Ernte. Aber bis dahin hat man eben einfach den Mangel. Also den kann man nicht einfach ausgleichen, wie man den möchte, sondern man muss einfach warten, bis die nächste Ernte wieder völlig wird. Fakt ist jedenfalls, die Bewegung, die wir aktuell hier gesehen haben, beim Orangensaft, ist ganz extrem und hat so in der Geschichte, wie gesagt, die letzten Jahrzehnte nie gegeben. Ganz interessanter Fakt ist, dass in Deutschland immer weniger Orangensaft getrunken wird. Also um zwei Punkte ist das zurückgegangen. Ich habe hier Daten bis 2021 und da sieht man eben den stetigen Rötgang beim Orangensaft trinken. Warum das so ist, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Feststellung, die man machen kann. Aber Deutschland wird mit Sicherheit kein ausschlaggebender Faktor sein, wenn man sich das jetzt im Weltgeschehen näher betrachtet. Hier habe ich mal die Anbauländer aufgelistet nach ihren prozentualen Anteilen und das sieht man eben ganz gut. Brasilien ist da mit Abstand auf Platz 1. Die machen 24% der jährlichen Ernte ungefähr aus und danach kommt noch Indien und Volksrepublik China, Mexiko auch noch ganz gut und die Vereinigten Staaten, die machen rund 6% der Ernte aus. Nehmen wir mal an, die Ernte wäre komplett vernichtet, dann wird es den Weltmarktpreis auch nicht auf Dauer schädigen, meiner Meinung nach. Und da gibt es ja nach wie vor natürlich eine Ernte. Also ich finde, dass die Preisbewegung ist für mich einfach total überzogen, ist eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt und deswegen glaube ich auch, dass es jetzt zu einer Abwärtsbewegung kommen dürfte. Wie ich da drauf komme, das können wir uns ja hier mal ein bisschen noch mal näher anschauen im Detail. Wir haben hier wieder einen Cod-Index, den ich auch im letzten Rohstoff-Video aufgezeigt habe und hier unten habe ich einen Indikator, der zeigt einfach an, wann es extreme Anstiege gibt oder gab. Hier zum Beispiel, da haben wir so einen extremen Anstieg gehabt und im Anschluss ist es dann auch wirklich zur Korrektur gekommen. Und ja, wenn da unten die roten Dreiecke entscheiden, dann bedeutet das, dass eine extreme Abwärtsbewegung stattgefunden hat und in der Regel kommt sie eben dann wieder zu einer Erholung. Die ist zwar ziemlich klein ausgefallen, aber auch hier hat es natürlich funktioniert. Der Cod-Indikator ist ganz einfach zu verstehen. Nochmal zur Wiederholung für alle die, die es das letzte Mal vielleicht nicht mehr bekommen haben. Wenn der Cod-Indikator hier oben steht, dann ist das in der Regel ein Kaufsignal und der Kurs oder halt der Rohstoff sollte eigentlich dann nach oben tendieren. Das hätte auch hier bei Orangensaft in der Vergangenheit ziemlich gut funktioniert. Immer wenn der Indikator eben da oben wieder neu auftitscht, die 100% macht, gibt es eigentlich eine schöne Bewegung nach oben. Es gibt aber keinen Indikator, der zu 100% immer richtig liegt und deswegen darf man das auch nicht zu hoch hängen. Das ist zwar ein tolles Gimmick, man kann da wirklich ganz, ganz gute Einstiege finden, aber man muss auch wissen, wie man die Daten liest, wann man sie denn anwendet und wann man sie vielleicht besser nicht anwendet. Aktuell sehen wir, ist der Cod-Indikator immer noch ganz oben. Das bedeutet eigentlich weiter nach wie vor ein Kaufsignal und es dürfte eigentlich nicht zur Korrektur kommen. Das haben wir auch bei den Rohdaten gesehen, ja, bei den reinen Cod-Daten. Auch da gibt es eigentlich kein klassisches Verkaufssignal aktuell. Was mir ein bisschen auffällt, ist das Volumen, das fällt mir auf und der Markt hat immer noch eine Backwardation. Ich denke, solange die Backwardation nicht aufgelöst wird und wieder in den Contango übergeht, was das genau ist, auch sowas erfährt man bei mir eben in den Cod-Online-Kurs, solange wird es wahrscheinlich problematisch werden, und dass der Kurs so richtig nach unten fällt. Nichtsdestotrotz, wenn ich auch das vom saisonalen Hintergrund eben betrachte, macht der Markt jetzt hier kein neues hoch, also schießt da drüber, dürfte eigentlich der Markt bis zum Ende des Jahres eher shortgerichtet sein. Ich kann mir jetzt so vorstellen, wie das Ganze ausfallen könnte, dass wir einfach hier nochmal reinlaufen in diese Liquiditätszone. Ich glaube nämlich, dass da ziemlich viele Verkäufer hier drin liegen und im Anschluss könnte es dann weiter nach unten gehen. Wie weit es dann nach unten geht, mal überraschen lassen. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Markt extrem nach oben übertrieben hat. Meiner Meinung nach ist das nicht gerechtfertigt, wenn man immer damit argumentiert, weil in den USA die Ernte schlechter ausfällt. Wir haben gerade gesehen, das macht gerade mal ungefähr 6% aus. Wenn man davon ausgeht, dass Exportierende, also nur die Exporte, dann glaube ich, ist die USA mit knapp 10% irgendwie dabei für die Exporte und auch das rechtfertigt, meiner Meinung nach, die Kursbewegung nicht so wirklich. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es das wirklich erstmal war und wir jetzt in die Korrektur übergehen. Aber wie gesagt, sehen wir neue Hochs, kann es auch nochmal ganz schnell, ganz viel höher gehen. Denn das Problem ist an der Börse, ich habe ja gerade das erklärt, mit den in 12 Monaten gibt es erst eine neue Ernte. An der Börse wird ja die Zukunft gehandelt. Das heißt, die wissen ja längst, dass die Ernte für 12 Monate eigentlich unvollständig ist und wir erst in 12 Monaten wieder eine Veränderung erwarten können. Das heißt, das ist an der Börse längst bekannt und das dürfte eigentlich auch schon im Preis ein, ja, inbegriffen sein und eingepreist sein. Und wenn jetzt wirklich die Ertragszahlen in Brasilien besser ausfallen, sollte es eigentlich hier nach unten gehen. Deswegen würde ich ganz gut die Daten aus Brasilien verfolgen, das wird nämlich richtig spannend und dementsprechend kann der Kurs eben ganz schnell auch unter Umständen nach unten fallen. Das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass es dann ziemlich schneller wieder zurückgehen kann und eben eine Korrektur übergeht. Das ist so meine kleine Einschätzung. Ich würde, wie gesagt, versuchen mal hier oben einen Short zu erhalten an der Stelle, irgendwo in dem Bereich und dann einfach mal versuchen. Wenn es nicht funktioniert, dann erst einmal die Beine stillhalten, und die Füße stillhalten und wenn wir da oben rausbrechen, dann würde ich jetzt auch nicht zwangsweise nochmal long handeln. Warum? Weil der Markt einfach schon so krass gelaufen ist. Für mich einfach kein gutes CRV mehr, das ist kein gutes Kurs-Gewinn-Verhältnis mehr, das ich hier anstreben kann und deswegen ist der Markt für mich eher irrelevant zum Handeln. Ich habe auch schon erklärt, warum, dass ich dem Markt grundsätzlich eigentlich eher weniger handel beziehungsweise gar nicht handel, aber hier mal vollständigkeitshalber mal ein kleines Update dazu. Das ist meine Sichtweise, meine Denke dazu. Ich bedanke mich wieder an der Stelle fürs Zugucken und für alle Rohstoff-Fans ist das Video hier entstanden und bis zum nächsten Video.